Super! Spitze! Toll! Ich freu dich unbedingt, dass hier nebendran unsere Susi in Merchandising stand hat. Ihr könnt ja auch alles kaufen, neue CD und so von uns. Wenn ihr das alles hört wollt, ihr noch ein Stück. Und jetzt haben wir noch ein paar Stattinstrumente. Was denn überrascht? Da haben wir auch eine berühmte Persönlichkeit am Mikrofon. Kommt doch mal, Jules! Hier ist Stefan am Schlagzeug. Aber der Key Boss, unser Alex Ampast. Schauen wir mal, was er rauskommt. Ja! Was denn da? Ok, jetzt kommt die Haare! He Hangt doch mal, was er denn da? Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Woah, ich bin jetzt bei dir. Ich bin es. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wow!